Willkommen meine Damen und Herren wieder bei Arteshots, dem Videomagazin des großartigen Magazins arteshok.de. Heute mit meiner lieben Kollegin Felicitas im Monopolkino. Und heute geht es um einen französischen Film mit der ebenfalls großen Isabelle Huppert in der Hauptrolle, nämlich spielt sie eine Frau mit berauschenden Talenten. Felicitas in einem T-Shirt sieht man schon, in welche Richtung man diesen Film ungefähr einordnen kann. Was macht Frau Huppert denn? Frau Huppert, also der Film eine Frau mit berauschenden Talenten heißt ja im französischen Original die alte. Ich mein französisch ist jetzt nicht so toll, also da heißt es dann Daron. Und ich finde das trifft eigentlich irgendwie schöner. Im deutschen Titel weiß man natürlich eher, dass es um Drogen gehen wird. Also, die Isabelle Huppert spielt eine Frau, die arbeitet bei der Polizei. Sie ist französisch- arabischer Herkunft. Und sie übersetzt... Wirklich Herkunft irgendwie? Doch, der ist eine Elternteil. Ah, okay. Also ich habe das nämlich nur so mitbekommen, dass sie Arabisch kann und deshalb in diesem Dolmetscher-Posten ist. Und sie übersetzt da halt die Ganoven, die da das Drogendezernat auf dem Kika hat, und sie übersetzt die, was die Abhör, sie macht die Abhörprotokolle. Und dadurch erfährt sie dann, was da gerade geplant ist und sie steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Sie muss die, nicht die Drogen, sondern die Schulden ihres Mannes abbezahlen, hat eine Mutter im Pflegeheim, hat also ein großes finanzielles Bedürfnis. Und aus diesem Bedürfnis heraus beginnt sie dann also durch ein paar Umstände, die ich eigentlich sehr gut umgesetzt finde. Da nämlich der Sohn der Pflegerin ihrer Mutter, ja genau richtig, kurz davor ist hochgenommen zu werden, was sie als Polizistin natürlich mitverfolgt. Und sie lenkte dann den Drogentransport um und ist dann selber eigentlich im Besitz der Drogen. Und ab da geht es dann los, dass sie aufs andere Ufer wechselt. Sie verkleidet sich dann so als Araberin und verhandelt dann mit den harten Jungs, was sie, finde ich, sehr witzig, charmant und durchsetzungsstark macht. Ja, finde ich vor allem auch, ja, ich meine, das ist Isabelle Huppert, muss man sagen. Also es ist, sie ist in dem Film eigentlich, wie man sie kennt, mit diesem strengen Blick, diese irgendwie Angespanntheit die ganze Zeit, aber trotzdem diese Coolness dabei, die ich ja bei ihr sehr bewundere. Ich könnte auch einen Film sehen, wo sie sich eineinhalb Stunden Brot schmiert und wäre begeistert. Aber wie ist der Film so außerhalb von Ufer? Ich meine so dieses, diese Thematik, dass eine ältere Frau irgendwie ins Drogengeschäft einsteigt, die kennt man ja zum Beispiel von Paulette von Jérôme Eric Co., glaube ich, dass man ihn ausspricht, oder auch von dem britischen Film Grasgeflüster. Würdest du sagen, dass dieser Film Frauen mit berauschenden Talenten irgendwas Neues mit einbringt oder irgendwie, wo irgendwie eine Art von Besonderheit hat? Nee, vom Thema her ist es nicht neu, wie du schon gesagt hast, die Paulette, da ging es ja auch darum, dass eine Frau gegen ihre Altersarmut kämpft und versucht da einfach, ja, einfach an Einkommen ranzukommen und dass so Leute aus gut bürgerlichen Hintergründen ins Drogengeschäft einsteigen. Das war ja auch schon bei Breaking Bad. Ja, eigentlich zurzeit das prominenteste Beispiel. Na gut, seit ein paar Jahren. Wenn man so will. Also wo es so eine, also einerseits eben, also Leute, die eigentlich aus gut bürgerlichen Hintergründen kommen und denen aber so das Geld wegbricht und die dann halt sich aufbäumen müssen, um einfach ihr Leben meistern zu können. Also in dem Sinne war es kein neues Thema. Aber Isabelle Huppert ist einfach schon immer was Besonderes. Also ich fand sie in dem Film irgendwie auch aufgetauter. Also in den letzten Filmen fand ich sie immer so ein bisschen hölzern und irgendwie so in sich, zu sehr in sich gekehrt. Ja, das stimmt natürlich. Es ist auch ein durchaus, es ist ein durchaus witziger Film. Also als Komödie funktioniert der eigentlich. Es ist auch ein Film mit durchaus spannenden Stellen. Aber er, wir haben ja schon davor ein bisschen drüber gequatscht, er traut sich irgendwie zu wenig. Der richtige Biss fehlt. Ja genau, es ist irgendwie, wenn man das jetzt nochmal mit Paulette direkt vergleicht, du hast den Namen der Hauptdarstellerin parat. Bernadette Lafon. Genau, weil sie spielt ja wirklich eine unglaublich unsympathische Person. Eine alte, frustrierte, offen rassistische Frau, die sich dann aber doch irgendwie dann auch mit Arabern anfreundet mit der Zeit. Also eine Veränderung. Ja genau, das war an dem Film eigentlich sehr erfrischend. Bei Frauen mit berauschenden Talenten hat man irgendwie viele Ansätze, finde ich. Auch da sie, dass sie diese Parallelgesellschaft, diese Kriminelle sehr realistisch zeigen, finde ich. Aber dann auch nicht mehr so drauf eingehen. Manches wird nur so angerissen, wo man mehr hätte draus machen können. Ja genau. Und auch, dass sie halt genauso undercover Teil davon wird mit ihrem arabischen Edeloutfit. Da hätte man eigentlich so viele Stellen gehabt, wo man das irgendwie noch bissiger hätte machen können oder kritischer. Eben da auch nochmal so eine wirklich politische Ebene mit reinzubringen. Aber das hat der Film leider irgendwie verpasst. Ja. Denn auch ihre Liebesgeschichte da mit ihrem Chef, das hätte ja auch noch Potenzial gehabt. Ich finde, da hätte man noch mehr draus machen können. Ja, auch wir brauchen unsere Substanzen. Genau. Auch wir wollen uns berauschen. Und wenn es nur ein guter Film ist. Ja, genau. Also würdest du sagen, der Film, würdest du ihn empfehlen? Ja, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Also er hat jetzt nicht die volle Punktzahl. Ja, bei mir auch nicht. Aber ich würde sagen, es ist jetzt kein Riesenmeisterwerk. Er setzt im Ganzen nichts Neues dazu, vor allem wenn man ihn halt jetzt mit Paulette oder Breaking Bad oder so vergleicht. Aber es ist eigentlich ein wirklich unterhaltsamer Film mit einer tollen Frau Ipair. Und da kann man jetzt eigentlich, sollte man jetzt nicht groß auf dem Film rumhacken, finde ich. Sondern sich einfach freuen, ja. Ja, genau. Und wir würden uns sehr freuen über Kommentare, über Likes, wenn Sie das Video teilen. Und natürlich auch, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Die Nummer blenden wir wie immer ein. Und ja, denn bei uns gibt es den guten Stoff, würde ich sagen. Und darauf trinken wir einen. Schön, schön. Ja, den brauchen wir gar nicht, weil wir sind uns ja einig. Also überlasse ich dir heute mal den Rausch. Finger weg von Drogen.